Hallo Freunde, das ist jetzt ein kurzes Video, ich will euch nur ankündigen, ich habe jetzt einen zweiten YouTube-Kanal, einen neuen YouTube-Kanal, der heißt Big George Full Music. Absicht damit ist es, ich möchte meinen alten Kanal ein bisschen ordentlicher gestalten und möchte die ganzen Reviews trennen von meinen Musikvideos, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. Und deswegen mache ich das, also ich werde jetzt in Zukunft meine ganzen neuen Musikvideos auf den neuen Kanal hochladen und der alte Kanal, der ist dann nur für Reviews dann auch gedacht. Ja, so, wie ihr jetzt da auch dahin kommt, wird jetzt wahrscheinlich entweder hier ein Link sein, wo ihr direkt darüber kommt. Und ja, also wie gesagt, würde ich das euch nur mal ganz kurz ankündigen, damit ihr Bescheid wisst, warum alle Musikvideos dann ab sofort von meinem alten YouTube-Kanal runtergelöscht sind. Und das war's Freunde, also macht's gut, ciao.